ja hallo ihr christian mschmeyer pateraport beziehungscoach und diesmal wieder blog rund um die themen dating beziehung und liebe ja wir reden heute mal wieder über polarität sehr kontroverses thema da gibt es kritische stimme zu ich gerne mal kommentieren würde vielleicht bringt das auch noch ein bisschen mehr klarheit rein in das thema und wir haben jetzt unsere 12 euro aktion verlängert dieses wochenende chance 12 12 euro auf ein oder mehrere meiner kurse kann man öfters verwenden weil wir jetzt erstmal länger zeit keine aktion planen genau und es gibt noch diesen live meditieren mit mir der geht im oktober los aber ganz was neues per zoom meditieren und fragen stellen und genau ja polarität ist ja dieses zusammenspiel von männlicher und weiblicher energie nicht von mann und frau weil muss ich jetzt wieder mal ganz langen disclaimer entsprechen aber ich halte mich mal kurz jeder hat weibliche und männliche energien und kann sich entscheiden in der einen oder anderen zu sein und beim dating ist man halt in seiner präferierten das ist überraschung überraschung häufig auch dieses biologischen geschlechts und ja das ist nicht irgendwie spaß ich mir ausgedacht habe sondern ja also ich kann nur sagen ich bin ja jetzt lang bin ich im geschäft über 20 jahre und tausende weiß nicht wie viel paare behandelt keine ahnung wie viel aber über 1000 bestimmt weiß ich wie viel x wahrscheinlich auch tausende mails gelesen und ist es meinen erfahrungsschatz den ich da weitergebe weil gerade in partherapie sitzungen ist mir ist x mal aufgefallen das thema dass frauen das angesprochen haben dass jemand nicht in der polarität ist und durch andere worte dafür benutzt und naja was soll ich sagen aber gut ich freue mich auch immer über konstruktive kritik und genau also deswegen vielen dank die für die schreiberin hier hallo christian ich bin seit jahren treuer fan von dir und auch kunde habe schon mehrere seiner kurse gemacht die eine frage mir gestellt mit dank seiner hilfe und therapie in einer glücklichen beziehung wunderbar wunder wunderbar ich möchte gerne noch mal feedback geben in bezug auf die gleichberechtigung der frau also das zb thema wo ich nie darüber rede weil gleichberechtigung hat mit polarität nichts zu tun und ist ja auch nicht mein thema als vielleicht ein gesellschaftliches thema aber ist ja logisch dass alle gleichberechtigt sein sollen also das wird immer gern verwechselt deswegen finde ich das auch eine gute frage so ne ich finde da sind einige aspekte von dir noch nicht ausgearbeitet ich finde meine beziehung komplett in der polarität und kann sagen dass ich den ersten schritt gemacht habe und dass mein freund weder schwach noch feminin ist und auch nicht abgetürnt beziehungen laufen dann nicht den beide sich dadurch halt gedanklich abhören lassen ja das ist halt nicht meine erfahrung dass das irgendwas ist was man wo man gegen anarbeiten kann sondern ich besagen frauen also meistens ist ja so dass die frau sich beschwert dass der mann nicht in der politik ist und seltener umgekehrt weil wenn der mann nicht polarität ist ist auch schwer in die weibliche polarität zu kommen so und ganz im gegenteil höre ich eigentlich immer dass also gerade von frauen dass dieses gern nicht hätten das thema und den mann einfach cool und sexy finden würden sie finden ihn einfach nicht cool und sexy wenn er sich nicht entsprechend benimmt und habe gerade nicht das gefühl wie gesagt bei mir haben auf der couch haben alle möglichen leute gesessen auch mit sehr feministischen berufen und ich hatte durchgängig alle das gleiche gesagt also vielleicht war jetzt ein paar dabei die was anderes gesagt haben aber wie gesagt ich sage ja auch immer der mann kann in der weiblichen polarität sein und die frau in der männlichen das funktioniert auch super gibt es auch paare kenne ich auch welche funktioniert super genau ja und dann haben wir dieses eine problem hier also ich kann ja nicht auf es ist so ein bisschen stelle ich mal vor ich würde jetzt ein youtube kanal machen über straßenverkehr ordnung und so und ich würde jetzt sagen leute fahrt nicht falsch rum nehmen einmal straße an ist scheiße wenn man falsch rum in der einbahnstraße reinfährt passiert immer wieder unfälle und kommen einem autos entgegen die rechnen nicht damit und es gibt großen schaden und lasst es lieber so und so jetzt könnte jetzt wenn mir jetzt jemand schreibt und sagt mensch heute nacht um zwei um zwei uhr morgens bin ich falsch rum in die einbahnstraße gefahren und gar nichts passiert da die theorie die einbahnstraßen theorie ist falsch ja gesagt ist das ist immer das problem wenn man es auf social media content macht also natürlich ich finde es auch gut wenn man sich seine eigenen gedanken macht und dann für sich vielleicht auch sagt für mich macht dieses konzept keinen sinn ich erfahre gerade was anderes okay überhaupt kein problem und dann solltest du auch auf dich hören und nicht auf den wertigen psychologen totalen ordnung aber ich kann nur ja ich kann nur meine erfahrung weitergeben und zum glück können wir noch unsere meinung sagen hier und dies halt meine meinung aus die ich mir auch nicht ausgedacht habe deshalb die also könnt ihr mal unterschreiben was ihr damit für erfahrungen gemacht habt und ja also beziehungen laufen nicht auch dann nicht wenn beide sich dadurch halt gedanklich nicht abhören lassen weil man das irgendwie als unmöglich eingeimpft bekommen hat ja also ich persönlich glaube eben gerade nicht dass also meiner ansicht nach durchzieht sich das auch durch ganz viel literatur und alles mögliche aber ich glaube eben nicht dass es gesellschaftliches thema ist ganz im gegenteil ich glaube wir haben ja gerade einen gegengesetzlichen gesellschaftlichen trend und der ist vielleicht für ganz viele bereiche toll dass männer extra sich teilweise versuchen nicht mehr männlich zu nehmen ich habe nicht das gefühl dass das beziehungen hilft ehrlich gesagt meine meinung so ich finde das nicht gut dass als natürlich darzustellen weil es nicht der meinung das einfach nicht stimmt dazu gibt es inzwischen auch super viel forschung also die forschung dass gut ich kenne jetzt auch ganz viel forschung dass beim dating zumindest ja sei es ja gott wollen ich alles wieder raus holen weil dann hört sich immer an so als wenn man so in unsere stereotype verbreiten würde aber es gibt auch ganz viel forschung dass eben ja wenn er achten auf das eine frau noch das andere also dass mir jetzt recht viel forschung bekannt aber wenn du da konkrete forschung hast die sagen polarität ist völlig unwichtig wobei wie gesagt noch mal sage das muss nicht die polarität im mann sein also wie gesagt der man kann ein erwerblichen sein die frauen ein männlichen und ich sage immer nur ist man braucht eben plus und minus damit man chemie erfährt so sexuelle chemie mehr ist es nicht aber wenn du da forschung hast das ist mir zukommen gucke ich mir gerne mal finde auch das beispiel mit megan als sehr ungünstig da ging es ja um dieses foto ich gucken ob ich das hier eingeblendet bekomme keine ahnung muss ich mal gucken wo im time magazine wo ja harry hinter megan die da wie so eine königin steht völlig verschwindet und ja ich habe wie viele andere zeitungen auch mit dazu ein bisschen kritisch geäußert weil ich finde das heißt es aber keine allgemein gesellschaftliche aussage sondern ich finde einfach dass ja es ist für mich mir tut harry da irgendwie leid muss ich sagen was ich da so sehe und ja ich kann mich ja auch meinen mann reinversetzen ist ja auch nicht verboten für mich als man vielleicht und ja gut vielleicht kennt ihr das foto ich gucke mal sonst ob ich es da reinkriege das beispiel mit mengen als der ungünstig wäre es in der heutigen gesellschaft komisch wenn es andersrum wäre ja ich würde es auch komisch finden wenn die frau unter mann verschwindet ja absolut aber ich habe mittlerweile das gefühl dass es fast mehr in ordnung inzwischen dass der mann oder der frau verschwindet als andersrum weil ich habe das gefühl dass teilweise ist es in manchen medien zumindest schon regelrecht dreht so ne ähm finde das sind persönliche meinungen und auch gesellschaftliche konstrukte die nichts mit beziehungen zu tun haben äh war das ja eben selber gesagt dass gesellschaftliche konstrukte mit beziehungen zu tun haben habe ich das falsch verstanden äh und deshalb finde ich in bezug auf den liebeschiff nichts zu suchen haben ja da bin ich komplett anderer meinung muss ich zugeben äh ich weiß du bist auch eine andere generation ich bin millennial ja jetzt jetzt packst du irgendwie so stereotype aus dass äh ich irgendwie nur weil ich jetzt kein millennial bin dazu nichts zu sagen habe das finde ich jetzt allerdings sehr einschränkend ja äh so aber ich finde es wirklich wichtig diese ansichten auch im sinne deiner meinungsmacht als influencer nochmal zu denken naja in erster Linie bin ich ja psychologe und ich glaube jetzt nicht bin jetzt wie gesagt bin ich das bundes liebesministerium ich habe 25.000 abonnenten ist jetzt auch nicht die welt also denke ist doch gut wenn es also wenn es andere meinungen gibt und die gibt es ja ist doch wunderbar das ist doch toll wenn es da eine bunte vielfalt gibt so und ich finde meine schon wohl überlegt weil ich meine entsteht ja aus berufserfahrung konkreter ja ähm aber wenn du als millennial sagst hey meiner generation also natürlich kommt immer wieder neue wellen neue trends und wenn du in deiner generation vielleicht bin natürlich kein millennial spezialist muss ich zugeben gucken relativ wenig meine videos wenn du sagst hey bei uns ähm brauchen wir keine polarität mehr also ähm kommentiert gern millennial sie das gucken bin ich der letzte der jetzt sagt ähm ja vielleicht ändert sich da die welt und vielleicht haben wir das in 50 jahren nicht mehr kann ich mir nicht vorstellen ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen weil man an sich nach ist gerade das ähm überdauerndes thema von sexuellen beziehungen aber auch ich bin ja überraschung nicht allwissend und vielleicht täusche ich mich auch mal kein problem äh das natürlich alles meine ansicht natürlich kannst du was anders sehen aber ich wollte es mal loswerden ja ich finde es auch gut ist wirklich eine konstruktive kritik und ähm oft kriege ich ja nur was heißt nur ganz viel begeisterung aber oder irgendwie was man halt so kriegt wenn man online ist ganze kram äh hat sich nicht gut genug gekämmt und ich weiß nicht was aber das wäre wirklich konstruktive kritik deswegen vielen dank dafür ich ähm sehe es ein bisschen anders aber letzten endes äh würde ich immer sagen du bist dein eigener experte und wenn du es so siehst dann glaub vor allem an dich würde ich sagen so gut dennoch danke für alles und liebe grüße finde ich sehr sehr lustig übrigens oh das ist ja nett ähm ja also ich würde sagen mach deine eigene meinung und solange man einen coach braucht braucht man einen coach dann ist vielleicht irgendwo ein punkt wo man sagt ja dieses also was hat mein Ausbilder immer gesagt jetzt von der besten nahrung muss man irgendwas äh ausscheiden und wenn du sagst hey ich konnte von dir ganz viel mitnehmen aber das sorry ist nicht meine welt und wenn ich mich nicht an das ist auch eine reife verarbeitung von material was du hier findest und da kann ich dich nur also so auf so einer meta ebene kann ich nur sagen machst du genau richtig so ne weil letztlich ist jeder für sich selber die autorität und niemand anders und so soll es auch sein und alles andere sind nur zeitweise begleitungen so in diesem sinne wir werden uns bei wiedersehen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020